Außen? Außen? Reppe? Haus. Haus ist weg. Links ist einer. Mit ner Shotgun. Alter. Hä? Shotgun in der ersten Runde? Und da... Hat er dich nicht mit ner Shotgun weggemacht? Nein, püsst du. Okay. Wie soll er ne Shotgun in der ersten Runde haben? Nix? Ich dachte das geht um ein Teil. Grad so nicht. Das geht um ein Haar nicht. Außen. Einer in. Einer Balkon. Alter, die Waffe ist halt meine Lieblingswaffe. Negev. Kein Verständnis dafür. Warum? Der gibt es geil. Die ist übelst stabil. Ja. Nach 3 Stunden ist die übelst stabil. Hast recht. Außen? Was du denn sagst? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass du planten würdest. Außen ist einer mit, äh... Sniper? Ja. Ja, lass ihn. I will raid. I have time. Der drückt aber gut. Ja, ich merk's. Der hat ein Autoticker! Deswegen drückt der so gut! Wo hat er das Geld für eine Autoticker? Geld für eine Autoticker? Ja, zeig ich mich auch. Kannst du nach dem... Dann hat er aber keine Rüstung, oder? Hat er überhaupt irgendwas? Schade, ich kam nicht mehr weg. Er hat einfach einen Autoticker. Für das Legen der Bombe kriegst du den Maus... We fuck you. Ich habe einen Kill geholt. Ich habe keinen Autoticker, aber ich kann fest sein. Wieso hat er einen Autoticker? Das Schlimme ist... Alter Matthias. Oben, Balkon. Gib mir mal deinen Autoticker, danke. Okay, den Autoticker hat er nicht mehr. Das Ding ist das Geld. Willst du mir vielleicht den Autoticker geben? Danke. Ich habe kein Geld. Okay, wir spielen jetzt Tontaubenschießen, ja? Okay, wir spielen kein Tontaubenschießen. Alter. Was? Er hat wieder einen Autoticker. Das kann doch nicht wahr sein. Der hat sich hinter der Tür verkämmt. Wir spielen jetzt abends auch gerade mit Autoticker. Ich bin in einem Autoticker. Ich gehe aus dem Auto, da kann ich versuchen, mich zu holen. Ja. Einer geht gerade hier aufs Dach. Hab ich. Ich hab keinen Plan, wo die Waffe hingefallen ist. Das ist mein Problem. Jemand macht Scheiben kaputt? Jo, war ich. Wo ist die Waffe, Digga? Hinter mir! Rechts! Da, passt gut zu. Ja, das ist leider nicht der mit der Autotacker. Der Autotacker war, glaube ich, der auf dem Dach. Ja, den ich mir gemacht habe. Was schlimm ist, das kann wieder sein, dass er wieder genug Geld hat. Aha, klar, er gibt mir einen Hedgehoff unten durch. Ich hab durch die Tür geschossen, einfach mal. Das ist so lächerlich. In dem Moment kommt er da durch und sieht mich natürlich oben offen, Alter. Okay, jetzt haben die aber den Druck, die müssen platzieren. Ich kann das machen. Ich kann das tun, um zurück zu kommen. Ich kann das tun, um zurück zu kommen. Als ob du außen gehst. Einer Treppe. Ist rausgekommen. Und der andere ist außen irgendwo. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Der sitzt. Sitzt. Runden. Möchtlich. Warum merkst du dich? Ich geh nicht. Matthias. Was denn? Ich wusste, wo der ist. Hacke ihn trotzdem nicht. Du bist CT. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich ihn nicht jagen darf. Du musst den Spot verteidigen. Du musst nicht drauf gehen. Hab ich ja. Aggressiv verteidigt. Ja. Veranda sitzt einer. Veranda ist tot. Tür. Äh, Dings. Der hat einen Hütten mit 19. Wo ist er? Treppe. Nice. Ganz genau, dass du hier hochkommst. So, genug Geld. Autotacke? Nein, kein Autotacke. Ich will die Runde gewinnen. Haben die ja auch. Ich will den Autotacke-Hörnis zeigen, dass man... ...nicht das viel Geld gibt. Außen hat ein paar Schlüsse geschluckt. Kommst du dir hoch? Der auf den Veranda. Kommt! Sauber. Der hat eine AK. Der andere hat, äh... SC. Also die... ...Snapper. Und eine Tür. Ja, der hat den Autotacker wieder. Nee, nee. SC war das. Die SC. Sicher? Ja. Er hat mich da versucht, damit anzuschießen. Ich kann den Sound jetzt einigermaßen unterscheiden. Ich hätte den... ...als... ...also... ...als er auf dem Boden lag, hätte ich gesagt, dass das definitiv Autotacker. Nee, war eine SC. Ich stand daneben. Außen, rechts. Am Spawn noch. Mehr oder weniger. Der hat mir übelst ein Handy mit der AK gedrückt. Schön. So unverdient. Warum fress mir einen Taser zu? Weil der vom Gegner ist und ich will nicht mit Taser spielen. Ich hab ein dummes Verlangen. Das muss ich gerade unterdrücken. Ist mein Problem. Ich hab ihn nicht getroffen mit dem Taser. Der sitzt um die Treppe. Ich dachte, du hattest eine Tür aufgemacht. Auf einmal stand er hinter mir. Der sitzt oben. Ganz oben saß der. Der muss runterkommen. Die Bombe liegt hier unten. Achso, ja. Gut dann. Was? Das war absolut daneben gezielt. Ein Wunder, dass ich das gewonnen habe. So, und deswegen kommt man kein Auto-Attacker. Willst du mir gerade was zuschmeißen? Ich bin trotzdem mit einem Punkt schlechter, das ist ja wohl eine Frechheit. Ja, weil ich einmal die Bombe platziert habe. Ja. Oh, drei und eins. So, wir haben so viele Punkte wie der Dreier. Wie wär's jetzt einfach mal mit einem Aufstieg? Nee, bis es zu essen. Nee.